Das Wort zur Einbringung hat der Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende Herr Pasteurs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meines Wissens nach gibt es weder in der Türkei noch in Syrien Schnitzel und die religiös-fanatischen Kriegsflüchtlinge essen keine Schweine und deswegen schreien sie auch so, wenn ich Schweinefleisch auf sie schmeiße. Herr Pasteurs, mäßigen Sie sich. Sie halten den Mund, das habe ich Ihnen hier auch schon mal gesagt. Das Schnitzel ist ein so bedeutendes Stück Kultur unseres Volkes, dass Maßnahmen dringend geboten sind, Veränderungen unserer kulturellen Identität entgegenzuwirken. Was wir in diesen Tagen erleben, ist, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, abenteuerlich und ich zitiere mal Gandalf, der sagte, Und das mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu den Flüchtlingen in Europa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, normalerweise ist es ratsam, auf die Toilette zu gehen, wenn man scheißen will. Damit meinen ich Arschbacken spreizen und so ganz leicht drücken, Nicht mit Gewalt, weil das tut der Rosette nicht gut. Es gibt aber Menschen, da kommt die Scheiße aus dem Mund. Und wir von der NPD gehören dazu, dass es sich dabei um ganz billige Propaganda handelt. Ist klar, aber wir haben hier in Deutschland wieder mal Leute, die sind so dumm und glauben das dann auch noch. Bleiben wir heute aber mal bei der Wahrheit. Vor wenigen Tagen hatte ich mit einem Mann Analsex und mit einem großen Ding ist er in mich eingedrungen. Ich habe die Feststellung gemacht, dass es ratsam ist zu warten, bis man gefickt wird und sich erst dann einen zu keulen. Und stellen Sie sich vor, wir haben kein Kondom benutzt und jetzt hat er AIDS. Loll, was für ein Opfer. Herr Pastörs, ich erteile Ihnen dafür jetzt 4.466 Elektroshocks. 20 Minuten später. Herr Pastörs, Ihre Redezeit ist beendet. You shall not pass fast.